Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Medkonzellin Wagner. Ich bin Frauenarzt. Doch trotzdem möchte ich heute mit euch über ein Männerthema sprechen, denn heute soll es um Verhütungsmethoden für den Mann gehen. Viel Spaß bei dem Video. In der gynäkologischen Praxis ist das Verhütungsgespräch eigentlich das tägliche Brot. Jeden Tag haben wir mit diesem Thema zu tun und sprechen mit den Frauen über Verhütungsmethoden. Die Frage ist, wo gehen denn eigentlich die Männer hin, um sich über verschiedenste Verhütungsmethoden beraten zu lassen? Sind das die UrologInnen, sind das die GynäkologInnen, HausärztInnen? Tatsächlich kann ich diese Frage nicht beantworten. Meine urologischen Freunde sagen, da kommt vielleicht einmal pro Halbjahr die Frage, aber sonst ist das eigentlich nicht tägliches Thema. Gynäkologisch kann ich sagen, gibt es da jetzt nicht so oft, dass die Männer alleine kommen und sich über Verhütung beraten lassen möchten. Also stehen Männer so ziemlich alleine da, wenn es um das Thema Verhütung geht. Dabei gibt es ein paar Methoden, aber im Gegensatz zu der Frau ist es natürlich überschaubar. Doch in der Zukunft kommt einiges auf uns Männer zu und das ist auch gut so. Viele Verhütungsmethoden werden aktuell getestet, es laufen Studien und wie die genau funktionieren, das ist auch heute Thema. Jetzt aber erstmal zu den Dingen, die es schon gibt. Wenn es um das Thema Verhütung beim Mann geht, müssen wir überlegen, wie entsteht überhaupt die Fruchtbarkeit beim Mann? Erstens durch die Spermienproduktion im Hoden und diese Spermien kommen ja dann irgendwie raus beim Orgasmus. Also sind das auch die zwei Ansätze. Erstens, ich will verhindern, dass Spermien überhaupt produziert werden. Oder aber ich muss verhindern, dass sie rauskommen. Und zweiteres ist eine Barrieremethode. Und diese Barrieremethode kennen wir eigentlich alle für den Mann. Einmal das Kondom. Der Klassiker schlechthin, ein sehr sicheres Verhütungsmittel, wenn man es richtig anwendet. Und dazu habe ich extra ein eigenes Video gemacht, weil es gibt tatsächlich so drei, vier, fünf Fehler, die doch immer wieder gemacht werden. Und das schränkt eben den Verhütungseffekt des Kondoms enorm ein. Wenn man die aber beachtet, ist es ein sehr sicheres Verhütungsmittel und das einzige Verhütungsmittel überhaupt auf dem Markt, was auch vor Geschlechtskrankheiten schützt. Und deswegen gerade in jüngeren Generationen das Verhütungsmittel, was ich eigentlich immer durchweg empfehle. Also das Kondom ist immer noch seit Jahrtausenden, aber immer noch ein sehr sicheres und probates Verhütungsmittel. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil ich schon ein eigenes Video dazu gemacht habe. Dann kommen wir zur zweiten Barrieremethode, was auch einige auf dem Schirm haben. Das ist die männliche Vasektomie, also die männliche Sterilisation. Die männliche Sterilisation ist insofern vom Eingriff her viel überschaubarer als bei der Frau, weil es ein ambulanter Eingriff ist und im Grunde außerhalb des Körpers geschieht. Denn es wird am Hoden zwei kleine Schnitte gemacht, wo der Samenleiter rechts und links unterbunden wird, sodass die Spermien zwar produziert werden, aber ihren Weg eben nicht über den Samenleiter nach draußen finden und damit ein sicherer Verhütungseffekt generiert wird. Es ist also ein Eingriff, der unter örtlicher Betäubung im wachen Zustand vonstatten geht und als super sicheres Verhütungsmittel gilt. Der Pearl Index, das Maß der Sicherheit bei Verhütungsmitteln liegt bei 0,1 und ist damit enorm sicher. Immer noch haben viele Männer ein bisschen Bammel davor, weil sie denken, dann kriegen sie keine Erektion mehr oder sie kriegen keine Ejakulation mehr, dass da nichts mehr rauskommt beim Orgasmus. Und das stimmt eben alles nicht. Man hat ganz normal eine Libido, man hat ganz normal eine Erektion und man hat auch ein Ejakulat. Nur befindet sich in dem Ejakulat keine Spermien mehr. Also im Grunde ein super schönes Verhütungsmittel für den Mann. Es ist aber auch ein definitives Verhütungsmittel. Klar, kann man rückgängig machen. Die Quote danach, die Schwangerschaftsquote ist aber nicht exorbitant hoch, sodass man schon sagen muss, das ist etwas für immer. Kostenmäßig liegt man da bei roundabout 500 Euro, kommt immer ein bisschen auf die Praxis, die Klinik und den Standort dieser Institution an. Da kostet es manchmal 100 Euro mehr, manchmal 100 Euro weniger. Aber so mit 500 Euro könnt ihr grob rechnen. Wird von den meisten Krankenkassen nicht übernommen, muss man auch wissen. Wenn euch das Thema Vasektomie beim Mann näher interessiert und ihr mehr in die Tiefe wollt, mehr Informationen haben möchtet, dann schreibt es mir in die Kommentare rein, damit ich weiß, das Video ist gewünscht. Dann mache ich das gerne mal, auch als Gynäkologe, auch aus eigener Erfahrung kann ich da ein bisschen berichten. Und dann kann ich das Thema nochmal gerne angehen. Jetzt haben wir die zwei Barriere-Methoden besprochen und das ist im Prinzip alles, was für den Mann aktuell mehr oder weniger in Frage kommt. Aber lasst uns den Blick mal in Zukunft schweifen lassen. Was ist mit der Pille für den Mann? Was ist mit diesem Ventil für den Samenleiter? Und was ist mit diesem Gel, von dem ich schon mal gehört habe, was ja super toll sein soll? Besprechen wir alles. Also die Pille für den Mann. Seit Jahrzehnten wird geforscht und geguckt und gemacht. Grundprinzip ist ähnlich wie bei der Frau, dass man die Spermienproduktion aufgrund einer hormonellen Einflussnahme unterbinden möchte. Bei dem Mann ist natürlich das Testosteron, das männliche Sexualhormon schlechthin dafür zuständig, dass die Spermien produziert werden. Ähnlich wie bei der Frau ist hier auch das Hormon FSH und LH, was aus dem Zwischenhirn stammt, wesentlich beteiligt bei der Spermienproduktion. Haben wir geringe Mengen von LH und FSH, dann werden weniger bis gar keine Spermien produziert. Wie kriegen wir diese zwei Hormone? Also niedrig, indem wir eine negative Rückkopplung machen. Steigt nämlich der Testosterongehalt im Blut des Mannes, dann fahren diese Hormone runter. Also war naheliegend, wir geben dem Mann als Depot oder als Pille Testosteron und gucken mal, was die Spermienproduktion macht. Siehe da, die Spermienproduktion geht runter, aber sie ist nicht null. Also war das jetzt der Ansatz, der zwar sehr naheliegend war, aber nicht so ganz funktioniert. Dann hat man gesagt, okay, wir nehmen zu dem Testosteron noch ein Gelbkörperhormon hinzu, ein synthetisches Gestagen, wie bei der Pille zum Beispiel bei der Frau. Levonorgestrel, so ein Klassiker. Hat man auch geschaut, also Testosteron plus Gestagen, funktioniert das? Ja, funktioniert. Aber eben auch nicht im ausreichenden Maße. Plus, jetzt kommen die schlimmen Nebenwirkungen. Ja, die Männer sind tatsächlich auch suizidal geworden. Da klingelt was. Rote Handbrief für manche Pillen. Ja, auch die Pille für die Frau hat ähnliche Nebenwirkungen, ist aber vor vielen Jahren entworfen worden in den 60ern. Da hat es noch keinen interessiert, dass das Nebenwirkungen macht. Aber jetzt bei den Männern sind natürlich alle ganz aufgeregt, weil es Nebenwirkungen macht. Große Überraschung. Also aktuell, ja, wird weiter geforscht, es wird die richtige Zusammensetzung gesucht, aber momentan ist sie noch nicht auf dem Markt. Und in den nächsten drei bis fünf Jahren, wir schreiben das Jahr 2022, ist damit zu rechnen, dass vielleicht mal eine Pille für den Mann auf den Markt kommt. Denn es gibt noch andere Mittelchen, die man nutzen kann, die jetzt nicht hormonell Einfluss nehmen, die aber relativ vielversprechend sind. Das ist zum Beispiel die Retinsäure. Retinsäure. Retinsäure ist quasi das aktive Vitamin A. Vitamin A kennen wir alle, ist in der Karotte drin, wichtig fürs Sehen, aber auch wichtig für die Spermienproduktion. Retinsäure ist sehr vielversprechend, weil es eben nicht Einfluss nimmt auf die hormonellen Zusammensetzungen des Mannes und trotzdem die Spermienproduktion einschränken kann. Absoluter Blickpunkt gerade der Studien und der Forschung. Retinsäure ist vielversprechend. Dann gibt es noch einen Stoff, der nennt sich Adjudin. Adjudin ist ein Chloridkanal-Hemmer. Auch der ist sehr, sehr wichtig bei der Spermienproduktion. Auch hier nimmt das Adjudin keinen Einfluss auf LH, FSH oder Testosteron. Also auch ein vielversprechender Ansatz, der aber noch in den Forschungskinderschuhen steckt. Dann wird es jetzt nochmal ganz zukunftsträchtig, innovativ. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze, die alle super logisch klingen, aber den Weg quasi auf den Markt noch nicht geschafft haben. Allen voran das Gel, von dem ich vorhin sprach. RESUG, also R-I-S-U-G. Abgekürzt Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance. Das ist quasi ein Polymergel, was in den Samenleiter eingebracht wird. Dort, wie so eine Art Korken, die Spermien daran hindert, vom Hoden weiter den Samenleiter zu wandern. Also wie so eine Blockade. Und das Schöne ist, man könnte es mit einem Gegenmittel wieder auflösen. Das Ganze soll zehn Jahre lang halten, dieses Gel. Und ist ja im Grunde ein super Ansatz. Aber es gibt auch ein paar Nebenwirkungen, die man gesehen hat. Deswegen ist das Ganze auch noch nicht auf den Markt geschwemmt. Es gibt auch noch zu wenig Studien, also zu wenig, die es ausprobiert haben. Also hier muss noch gewartet werden, aber ein hochinteressanter Ansatz, der sicherlich weiter verfolgt wird. Dann habt ihr alle wahrscheinlich schon mal von diesem Tischler gehört, der ein Ventil gebaut hat und sich das auch selbst implantiert hat. So groß ungefähr wie eine kleine Büroklammer. Der gute Mann heißt Clemens Bimeck und hat tatsächlich als Tischler ein Ventil entworfen, was in den Samenleiter passt und was mittels Knopf am Hodensack, on-off, den Weg eröffnen könnte oder auch verschließen könnte. Also die Samen, die Spermien könnten hindurch, wenn ich den Knopf drücke, dann eben nicht mehr. Super interessanter Ansatz, klasse innovativ. Aber auch hier fehlen einfach noch Daten, Studien, Teilnehmer, um das wirklich an die breite Masse zu verkaufen. Aber sicherlich auch eine Barrieremethode, die vielleicht zukunftsträchtig ist. Der Bimeck ist übrigens der einzige Mensch momentan auf der Welt, der dieses Ding trägt und das offensichtlich auch mit Erfolg, so wie man den Medien entnehmen darf. Dann gibt es was ganz Abgefahrenes, was sehr innovativ zu sein scheint und zwar COSO, die Contraception Sonography, Ultraschall gestützte Erwärmung des Hodens. Wie bei Stefan Raab früher wird der Hodensack in warmes Wasser gelegt. Ein kleines stylisches Gerät, wo der Hodensack regelmäßig reingehalten wird und dann für mehrere Minuten mit hochfrequentem Ultraschall befeuert wird. Das erzeugt Tiefenwärme und regelmäßig angewendet soll das eben die Spermienproduktion verhindern. Auch ein sehr, sehr Science-Fiction mäßiger Ansatz, der auch noch Studienbedarf, aber auch hier zukunftsträchtig kann funktionieren. Denn die Wärme, das hat man gesehen, hemmt ja die Spermienproduktion enorm. Nicht nur per Ultraschall, sondern auch eben bei Sitzheizung im Auto. Aber das Ganze ist halt sehr reversibel. Wenn du also morgens im Auto sitzt, die Sitzheizung anhast, dann wird deine Spermienproduktion nicht langfristig geschädigt, sondern eben nur für den Moment. Und man muss es eben sehr regelmäßig, sehr langfristig machen, damit es nachhaltig die Spermienproduktion einschränkt. Dann haben sich natürlich andere Menschen auch noch gedacht, diese thermale Verhütung beim Mann, das ist ja was Interessantes. Und der Hoden hängt ja nicht umsonst draußen, damit er schön kühl bleibt. Was ist denn eigentlich, wenn er nicht mehr draußen hängt, sondern wenn der Hoden wieder im Körper ist und die Temperatur dort zwei bis drei Grad wärmer ist? Da müsste das Ganze ja auch funktionieren. Das haben sich Hersteller aus Frankreich auch gedacht und haben einen Thermalslip oder auch den Andro-Switch-Ring konzipiert. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass durch eine Öffnung der Penis hindurchgeführt wird und durch das Ringprinzip oder auch diesen Thermalslip wird der Hoden zurück durch die Leistenkanäle in den Bauchraum gedrückt. Und dort verweilt er dann und wird natürlich wärmer, als wenn er außen baumelt und dadurch wird die Spermienproduktion gehemmt. Und die Anwender, die da schon in Studien mitgemacht haben, waren begeistert. Sie haben auch keine Defizite bei der sexuellen Erfahrung berichtet und es scheint tatsächlich die Spermienproduktion langfristig einzuschränken. Aber es hat eben noch nicht für die Markteinführung gereicht. Aber auch das ein Ansatz, den man sicherlich verfolgen kann. Wichtig dabei ist, man muss täglich 15 Stunden den Hoden quasi im Körper belassen, damit das Ganze eben langfristig auch funktioniert. Beides hat jetzt noch nicht die offizielle Markteinführung als Medizinprodukt geschafft. Es gibt aber trotzdem den Androswitch oder auch die Thermalslips schon zu kaufen. Man kann also aus Frankreich die beziehen oder aus anderen Online-Shops und das Ganze selber auf eigene Verantwortung ausprobieren. Ich persönlich habe es noch nicht gemacht, aber ihr dürft mir gerne euren Bericht hier einmal in die Kommentare schreiben. Zusammenfassend kann man sagen, es ist überschaubar für den Mann. Das, was momentan auf dem Markt und zugelassen ist, Kondom und die Vasektomie. Gut, das sind sehr sichere Verhütungsmethoden, aber eben auch überschaubar. Die Pille für den Mann, die ist in Aussicht, auch wahrscheinlich zeitnah in Aussicht, aber noch nicht auf dem Markt. Das sind die restlichen Methoden, die ich eben zum Schluss vorgestellt habe. Das sind alles sehr, sehr innovative und auch zukunftsträchtige Modelle. Auch die brauchen halt einfach noch die Phase 2 und 3 und 4 Studien, damit man auch sieht, sie verhüten und sie haben wenig bis keine Nebenwirkungen. Alles in allem auf jeden Fall sehr interessante Methoden und wir sehen uns einfach bei einem neuen interessanten Video beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.